Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films dieser Woche. Das ist für mich ganz angenehm, denn wir haben in dieser Woche einen Film, der dominiert den Kinomarkt so dermaßen, dass ich quasi keine andere großartige Besprechung hier aufnehmen muss. Ich habe nicht sonderlich viel zu tun die Woche, muss eigentlich nur alte Sachen abarbeiten oder zukünftige Sachen planen. Das ist für mich persönlich mal ganz angenehm. Wie das jetzt für die Kinolandschaft ist, sei erstmal dahingestellt. Denn wir besprechen heute den Film Avengers Endgame, dem aktuellsten Blockbuster aus dem MCU. Mit einer Laufzeit von drei Stunden und einer Minute kommt ein Film, der ab zwölf Jahren freigegeben ist in die deutschen Kinos und zwar am 24. April 2019. Ich verrate euch kein Geheimnis, dass wir diese Aufnahme exakt einen Tag vor dem Kinostart aufnehmen können, denn Disney hat die Presseverführung sehr kurzfristig angesetzt und auch das Embargo endet erst am Tag des Kinostarts morgens um 0.01 Uhr. Das ist ein Film, der geht halt drei Stunden, der erzählt wahnsinnig viel und er setzt eben auch vielleicht, also er setzt definitiv voraus, dass man die Filme davor gesehen hat und zumindest Infinity War kennt. Das ist ein Film, bei dem man natürlich viel spoilern kann und wir haben uns, wir, auch wer das gleich ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen, haben uns darauf geeinigt, dass wir zu Beginn einen spoilerfreien Teil machen und dann mit Kapitelmarke eben später auch zu einem Spoilerbereich kommen. Aber selbst dort werdet ihr die ganz krassen Spoiler nicht von uns bekommen, um euch noch auf jeden Fall so ein bisschen Spaß im Kino zu lassen. Besprechen werde ich den Film mit drei erlesenen Gästen, die ihr schon von diversen Aufnahmen kennt. Beginnen möchte ich mit einem Mann, mit dem ich bereits vor ziemlich genau einem Jahr den Vorgänger dieses Films besprochen habe. Er war schon dabei bei Infinity War bei der Besprechung und hat sowohl während des Gesprächs als auch im Nachgespräch im Bleibenden Eindruck hinterlassen, denn er ist in der Lage, dieses Superhelden-Genre und die Filme, die uns dort präsentiert werden, auch auf einer gewissen Meta-Ebene zu sehen und da auch irgendwie immer noch eine Perspektive mit reinbringt, die ich als stumpfer Kinogänger gar nicht so unmittelbar sehe. Einen wunderschönen guten Tag, Christian. Hallöchen. Du bist ja auch von Superhero Unit und wie Ende aller heißt, ich werde das alles noch verlinken und du kannst uns natürlich dann später auch nochmal kurz quasi im Abschluss dann bei der Verabschiedung ein paar darauf hinweisen, was so aktuell bei euch am Start ist und warum man unbedingt mal reinhören sollte. Ich habe ja wie gesagt die Infinity War Besprechung nochmal gehört, da hattet ihr gerade aktuell auch jede Menge Filme eben quasi durchgekaut, auch Sachen, die schon ein paar Jahre älter sind. Ich bin also mega gespannt, was du heute auch beizutragen hast. Ja, gerne, gerne. Der zweite Herr in der Runde ist jemand, der für uns gefühlt die Hälfte aller Presseverführungen besucht. Er ist mega aktiv, hat noch einen eigenen Podcast am Start und ich habe heute mit der Pressedame, die den Film quasi da betreut vor Ort und heute Vormittag wohl bei der PV in Köln gewesen ist, noch ein bisschen über ihn gelästert. Was genau das war, erfahrt ihr vielleicht in diesem Cast. Moinst du? Das erfahren wir jetzt. Okay, du bist angeblich mit den Worten, ich bin beflügelt aus diesem Film gegangen und das fand sie aufgrund vielleicht physischer Voraussetzungen, die ich ja gar nicht kannte bis zum heutigen Zeitpunkt, lustig, sehr, sehr lustig. Habe ich es umschrieben? Ja, aber kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Hallo zusammen. Moinst du? Der dritte Herr in der Runde ist jemand, der uns auch schon ganz oft bei Filmkritiken begleitet hat und da auch immer ganz viel Expertise mitbringt, der auch diverse Reviews schreibt, auf Soundtrack-Reviews macht und auf jeden Fall voll Plan hat. Wenn er einmal losgelegt hat, alles zu benennen, was er eigentlich macht, was er tut, was er studiert hat und als was er eigentlich tätig ist, sitzen wir hier in einer Stunde noch und haben den Film noch gar nicht begonnen. Moin Lasse. Was geht ab, Film-Fan-Avengers-Ultron? Scheiße, total versaut. Das war trotzdem irgendwie ein bisschen episch. Ich fand's doof. Vielen Dank. Gut, da ist das Setting gleich gesetzt für die Besprechung heute. Die, ja, also wir werden mal gucken, wie weit wir hier jetzt auch ins Detail gehen wollen. Wir haben einen Film. Der setzt an bei, ja, letztlich dem, man hat lange wohl gesagt, so ein bisschen das Ende oder ein vorläufiges Ende vielleicht von einem MCU. Dann habe ich jetzt die Tage gelesen. Nee, ist es gar nicht. Kevin Feige hat gesagt, eigentlich muss man Spider-Man noch mit der aktuellen Phase dazurechnen. Das Ganze ist dann da wohl erst beendet. Jo, wie sieht's aus? Christian, würdest du das soweit unterstreichen? Ähm, ja und jein. Also für mich ist Avengers Endgame nicht das Ende des MCUs, sondern ich sag immer so schön, es ist das Ende der ersten Staffel MCU. Und ich glaube, diese Spider-Man-Nummer ist auch so eine, wie sagt man, so ein Kuckucksei, weil das Problem ist ja, Marvel produziert jetzt Spider-Man-Filme für Sony und Sony kümmert sich ums Marketing. Und ich glaube, die haben Kevin Feige so ein bisschen einen reingedrückt, indem sie halt schon vor Endgame mit Spider-Man-Trailern gedroppt sind, um halt die Welle noch mitzureiten. Und, ähm, ich glaube nicht, dass er unbedingt so jetzt schon über Spider-Man sprechen will, aber über Spider-Man sprechen muss, weil er wird ja auch schon in Interviews drauf angesprochen. Ich glaube, das ist so, also werden wir ja sehen, wenn Spider-Man Far From Home tatsächlich da ist. Ich glaube, das ist eher so eine Notlösung zu sagen, ja, das ist das Ende der eigentlichen Phase und, ähm, ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Ähm, mal schauen. Aber für mich ist Endgame nicht das Ende des MCU. Das ist eigentlich auch klar und offensichtlich. Aber es ist das Ende der ersten Staffel und das ist ein, also ich würde sagen, das Buch ist zugeklappt und ins Regal gestellt und so fühlt es sich an. Es ist aber klar, dass dieses Buch namens MCU sehr schnell wieder aus dem Regal gegriffen wird und das nächste Kapitel aufgemacht wird und die nächste, ähm, die nächsten, die nächsten Teile kommen. Aber, ja, es, also ich bin erstaunlich, es fühlt sich erstaunlich beendet an für mich nach diesem Kinobesuch. Ja. Eine, ja, vielleicht Cash-Cow, die trotzdem noch irgendwie gemolken werden will. Denn egal, was in diesem Film passiert, egal wie er ausgeht, wir wissen schon von Serien, die auch angekündigt worden sind. Wir wissen schon, welche Filme sich vermutlich gerade in Produktion befinden. Teilweise haben wir eben auch schon die entsprechenden Trailer gesehen. Und deswegen müssen wir hier echt ein bisschen aufpassen, wenn wir uns jetzt über die Story unterhalten wollen. Also quasi erklären wollen, wovon der Film eigentlich handelt. Und wie gesagt, das wird jetzt zunächst alles recht spoilerfrei werden. Wir müssen aber voraussetzen, dass ihr Infinity War gesehen habt, den man ja letztlich, und so war ja der ursprüngliche Plan, als den ersten von zwei Teilen sehen kann. Lasse, du willst wohl mal versuchen, die Story zusammenzufassen. Viel Erfolg. Versuchen ist gut. Ähm, als erstes, äh, wir können uns auf einigen, dass Sony suckt. Ähm, äh, ist einfach beschissen, was die mit dem Marketing machen die ganze Zeit. Aber das wissen wir ja alle. Ich wollte das nur noch mal loswerden, weil es tut so gut zu sagen, dass Sony einfach beschissen ist. Ähm, gut. Also die Story. Ach du meine Güte. Also, nach dem Ende von Infinity War, ja, stellt sich tatsächlich heraus, äh, die Hälfte aller Lebewesen aus dem Universum ist ausgelöscht. Und jetzt liegt es an den verbliebenen Avengern, zu versuchen, damit klarzukommen. Andererseits hegen sie Rache-Gedanken und natürlich auch ist da diese leise Hoffnung. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das in irgendeiner Form rückgängig zu machen? Und, äh, von all dem und von diesen Versuchen, von ihren Plänen, von Scheitern und von allem möglichen, was sie sonst noch so versuchen, davon handelt dieser Film. Das ist im Prinzip die Handlung. Ist es so, dass wenn man die Trailer gesehen hat, man sich schon ein gutes Bild von dem Film machen kann? Oder ist es wirklich eigentlich eher ein Teaser als ein Trailer? Stu, was sagst denn du dazu? Hast du die überhaupt gesehen, die Trailer? Ähm, ich hab nicht alle gesehen, aber die meisten tatsächlich. Und, ähm, ich sag mal so, ich fand, äh, es gibt so ein paar Sachen, wo Marvel eine große Geheimniskämerei drum macht, die dann, ja, jetzt vielleicht nicht so, äh, geheimnisvoll sind, wenn es dann endlich enthüllt wird. Aber es gibt dann schon ein paar Sachen, wo ich heute im Kino saß und dachte, ach wirklich, okay, das machen sie so, okay. Also, nach ungefähr 20 Minuten gibt es eine Szene, wo ich dann schon überrascht war, dass diese Szene passiert. Es ist ja so, dass jetzt die Tage bereits einiges an Leaks rausgekommen ist. Ich werde die jetzt nicht inhaltlich benennen, aber ich kann sagen, dass ich bereits fünf Minuten des Films vorab gesehen hatte. Und zwar ein Zusammenschnitt. Da muss also irgendwo eine Vorführung gelaufen sein. Jemand hat eine Kamera aus einem beschissenen Winkel draufgehalten und dann fünf wirklich wesentliche Minuten des Films bereits vorab ins Netz gestellt und entsprechend gab es dann einige, ja, Leaks einfach. Habt ihr das auch gesehen oder habt ihr das nicht gesehen? Also, ich hab davon mitbekommen, man muss ja sagen, dass die letzten Wochen, es gab ja keinen Tag ohne, äh, irgendwelche Leaks oder irgendwelche Fan-Theorien von Reddit, die angeblich richtig, äh, sein sollen. Und als es dann jetzt vor einer Woche hieß, dass dieser Leak existiert und dass er wohl wirklich, wirklich sehr, äh, ja, wahrheitsmäßig ist, also dass er wirklich der echte Film ist, ähm, muss ich gestehen, äh, ja, gut, die Leute, die sich das angucken wollen, sollen sich das angucken. Ich persönlich weiß nicht, was das soll. Also, schlecht abgefilmt irgendwie aus dem Zusammenhang gerissene Szenen zu sehen, ähm, deswegen hab ich da jetzt keinen Bogen gemacht, das hat mich einfach nicht interessiert. Mhm. Ähm, 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 Christian, wie sieht das bei dir aus? Hast du die Spoiler gesehen, die Leaks? Äh, ich hab davon gelesen, ich, also, von der Tatsache, dass es Spoiler gab und dass da irgendwie Filmmaterial und, und, äh, auch längere Szenen irgendwie wohl, ähm, ja, wo auch immer herkommen, aber dass es sie gab. Ich hab mich da aber nicht weiter mit beschäftigt. Ich hab mir die nicht extra angeguckt. Ähm, ich, es hat kurz meinen Fingern gekribbelt, aber dann dachte ich mir auch so, nee, was soll das eigentlich? Also, was, warum, warum, warum tue ich, warum würde ich mir dasselbe antun? Die paar Tage kann ich auch noch aushalten. Vorfreude ist die beste Freude und, äh, deswegen hab ich mich dann nicht weiter mit beschäftigt, nee. Finde ich sehr vorbildlich. Ich hab das Ganze gesehen und, wie gesagt, ohne auf die Inhalte eingehen zu wollen, kann ich an der Stelle sagen, dass es definitiv aber noch genug Überraschungen, Wendungen und tolles Material im Film gab, so, dass dieser Leak, den ich mir ja bewusst angeguckt hab, ich wusste, dass das existiert und was da, was das eben dann in den Sachen verraten wird, mir die ganze Freude nicht genommen hat. Warum? Weil ich einfach mega neugierig bin und nicht an mich halten kann. Ich muss alles sofort wissen. Und jetzt haben wir auch, wer das schwächste Glied ist. Ja, ganz genau. Ich war der Erwachsene und hab einfach alles, ich war der Erwachsene und hab einfach alles stumm geschaltet. Halt, ich wusste ganz genau, oh nein, da wird's irgendwie Spoiler-Leaks geben. Ich hab wirklich gar nichts mitgekriegt. Ich hab mir auch nicht alle, ich hab mir auch den letzten Teaser gar nicht erst angeguckt. Ich wollte wirklich absolut überrascht sein von ganz viel Zeug und dementsprechend war das auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also wenn wir den Soulstone jetzt brauchen, würde ich den Andi opfern. Da macht den Quatsch hier noch keiner mehr. Das heißt aber auch, dass du ihn sehr, sehr lieb hast. Psst, das muss er nicht wissen. Ach, okay. Das Zwischenzu und mir ist was Besonderes. Da würde dann der Anführer vom Tele-Stammtisch, da würde dann unser neuer Käpt'n. An wen könnte ich was auch immer weiterreichen? Vielleicht ein Thema, das auch in diesem Film eine Rolle spielen könnte, wissen wir nicht. Jetzt sind wir quasi in dem Moment, wo wir mal so ein bisschen ins Blaue versuchen, spoilerfrei ein paar Sachen zu beschreiben, zu bewerten, Sachen, die man erzählen kann, ohne dass man jetzt gleich mega eben gespoilt ist. Und eine Sache habe ich bei Infinity Ward definitiv zu bemängeln gewusst. Bei Black Panther ging sie mir sogar extrem auf den Keks und das hat auf jeden Fall für Punktabzug gesorgt. Nur hier, da hatte ich das an keiner einzigen Stelle und fand es deswegen besonders großartig. Ich habe zu keinem Zeitpunkt mit den Effekten gehadert. Also CGI, ja, also wir haben zum Beispiel, ich habe keine wabernden Köpfe auf irgendwelchen Anzügen gesehen. Ich habe keinen komischen Computerspieleffekt gesehen, kein Uncanny Valley. Mir ist dergleichen nicht aufgefallen. Habt ihr was in der Art gesehen? Gar nicht, nein. Also ich war komplett drin und habe auch, ich habe mich wirklich danach gesucht, aber ich dachte die ganze Zeit, der sieht optisch besser aus als Infinity War. Man kann sehen, die hatten mehr Zeit. Also ich fand, dass es durchaus Szenen gab, wo man erkennen konnte, okay, das ist gerade Greenscreen, aber es war mir persönlich auch ziemlich egal, weil mich der Film, das kann ich schon mal verraten, mehr überzeugt hat als Infinity War. Und ich war da halt komplett drin. Das war, deswegen habe ich es hier und da schon mal gesehen, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie jetzt bei Infinity War, dieser Hulkbuster, wo man das Gefühl hatte, die haben da irgendwie mit Paint, Makrofadus Kopf einfach reingesetzt. Also mich hat da auch nichts gestört in der Optik. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe auch irgendwo mal gehört oder gelesen, dass die jetzt, glaube ich, mit dem letzten Tor oder mit irgendeinem der aktuelleren Filme wohl auch die Kameras gewechselt haben. Also ich hatte den Eindruck, dass Endgame irgendwie farbenfroher, also stärker, ich weiß nicht, stärker im Kontrast oder zumindest irgendwie farbreicher, ohne jetzt übertrieben bunt zu sein oder so. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass der Look besser geworden ist als so manche vorherigen, ich erinnere an Civil War, wo irgendwie grau in grau in grau in grau war. Den Eindruck hatte ich hier zwischendurch nicht. Also es gab so ein paar Momente, wo ich echt so das Gefühl hatte, wow, krass, so farbenfroher habe ich irgendwie Marvel, Avengers selten gesehen. Aber ja. Sie gehen schon die gesamte Farbpalette durch. Du hast wirklich Szenen, die könnten aus unserer schönen Farben kommen. Dann hast du wieder Szenen, die sehen aus als Vorhof zur Hölle. Also sie nutzen die ganze Bandbreite der Farbpalette in den Filmen. Das stimmt schon. Vielleicht sollten wir mal sagen, wie uns der Film überhaupt gefallen hat. Darüber haben wir nämlich noch gar nichts gesagt. Fanden wir ihn jetzt jeweils gut oder schlecht? Fühlt euch frei. Christian, wie sieht das bei dir aus? Ich fand ihn gut. Also ich habe ihn heute ja auch heute erst gesehen. Es liegt ein halber Tag irgendwie dazwischen. Ich fühle mich nach diesem Film unfassbar leer. Ich will ihn eigentlich noch mal sofort am besten fünfmal hintereinander gucken. Er ist für mich eine absolute Punktlandung. Ich habe jede Sekunde genossen. Ich bin auch rausgekommen aus dem Kino und habe nichts, woran ich irgendwie mäkeln könnte. Es gibt für mich nichts, was der Film irgendwie, also was ich kritisieren könnte. Es gibt mit Sicherheit Dinge, die es zu kritisieren gibt an dem Film. Mir sind sie nach der ersten Sichtung aber erstmal nicht aufgefallen und ich saß da und ich habe teilweise mit dem Kopf geschüttelt, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich ist der Film noch unmöglicher als Infinity War und aber noch runder in all den Dingen, die er da tut. Und er fühlt sich weitaus entspannter und weitaus, wie soll ich sagen, luftiger, also vom Tempo her besser an als zum Beispiel so ein Film wie Age of Ultran, den ich irgendwie als sehr vollgestopft in Erinnerung habe oder eben auch als Infinity War, den ich als großen Bombast in Erinnerung habe. Also Infinity War ist halt auch ein Jahr her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe und der hier ist unfassbar für mich persönlich unfassbar gut im Pacing, unfassbar gut auf die Figuren fokussiert, auf das Wesentliche fokussiert und ich habe nicht damit gerechnet, dieses Gefühl nach dem Kino zu haben, aber es fühlt sich wirklich für mich nach einem Staffelfinale an, nach einem Endpunkt, der sagt, okay, jetzt kannst du erstmal wieder durchatmen, du hast hier elf Jahre, 22 Filme, das fühlt sich auch so an, als ob etwas erreicht ist und das habe ich überhaupt nicht erwartet und da setzt der Film für mich eine absolute Punktlandung, ja. Definitiv. Sag mal, wie sieht das bei dir aus, was sind so deine Eindrücke vom Film? Ja, ich muss vorab sagen, dass ich Infinity War okay fand, aber eher mit so einem Schulterzöcken aus dem Kino gekommen bist, also der hat mich emotional gar nicht gepackt, das sieht jetzt bei Endgame anders aus, ich habe lange nicht mehr so einen gut ausbalancierten Blockbuster gesehen, ich war nach den drei Stunden auch K.O. und Krogi tatsächlich, aber ich bin sehr glücklich aus dem Kino gekommen und wenn ich den Film mit drei Worten beschreiben müsste, wäre das Lachen, Weinen, Zufriedenheit. Sehr gut, ja, sehr gut. Ich finde, dass Marvel da wirklich einen richtig guten Job gemacht hat und ja, ich muss echt überlegen, weil ich das letzte Mal aus so einem Blockbuster rausgekommen bin und so zufrieden war. Ähm, und trotz allem, äh, es immer noch so Sachen gibt, wo ich sage, okay, sie haben's, also ich sag mal so, bei mir ist es so gewesen, dass es eine gewisse Marvel-Müdigkeit gab. Ja, also gerade jetzt nach auch Captain Marvel, den fand ich auch so, okay, der war nett, aber mehr auch nicht und jetzt kommt halt Endgame und eröffnet mir so, das könnte passieren und das ist passiert. Also die Zukunft des MCU steht jetzt offen und ich hoffe, sie nutzen die Chance, um vielleicht auch mal ein bisschen was Neues zu wagen und ich finde, dass sie schon ein paar Sachen gewagt haben in dem Film. Und insgesamt war's einfach ein richtig, richtig guter Blockbuster, der für drei Stunden nicht kurzweilig war, aber ich sah's schon in 90-Minuten-Filme, die waren länger. Mhm. Kann ich alles so unterstreichen. Bevor ich gleich zu meinem Anteil kommen lasse, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Äh, ich zitiere da gleich mal frei von dem Infinity War Honest Trailer. There is just so much movie in this movie. Ähm, ich fand, ich fand den hier noch sehr viel besser als Infinity War. Infinity War war hier und da halt ein bisschen, ein bisschen holprig mit der ganzen Struktur hier. Ich saß hier, ich glaube, das muss schon so ungefähr anderthalb Stunden im Film gewesen sein, ich hatte halt keine Uhr zur Verfügung und es kam für mich vor, als wäre eine halbe Stunde vergangenheit. Ich war komplett drin in diesem Film. Ich, ich wüsste nicht, welcher Film das dieses Jahr noch toppen könnte. Halt dieser, ich bin allgemein, diese Marvel-Filme, das sind so mein Star Wars eigentlich. Das ist, das sind diese Storys, diese Charaktere, das ist, ich liebe diese Charaktere. Ich mag sie alle so gerne und sie hier wieder zusammenarbeiten zu sehen mit ihren Schwierigkeiten und all dem. Und wirklich, ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe, ich habe nicht wirklich gejubelt, es war ein Pressescreening, da voller Kritiker. Ich werde ihn morgen nochmal gucken mit meinem kleinen Bruder und einer Menge. Ich kann es kaum erwarten, in der Masse zu sehen. Das wird der Hammer, da die Reaktion zu sehen und wenn man selbst schon weiß, was passieren wird. Ich war unglaublich geflasht. Also ich, ich, teilweise sind mir die Augen übergegangen. Ich saß, ich bin an den Rand meines Sitzes vorgerutscht. Die Kritiker, die bei mir waren, die hatten auch eine sehr, sehr gute Zeit, habe ich gemerkt. Da gab es echt wirklich tolle Reaktionen. Also ich war hellauf begeistert von diesem Film und ich wüsste nicht, welcher Blockbuster dieses Jahr das noch in irgendeiner Form überbieten könnte. Da kann ich mich absolut voll und ganz anschließen. Mit über drei Stunden Laufzeit ist das ein Film, bei dem ich bewusst nicht viel getrunken habe. Ich wollte keine Szene verpassen und habe mich deswegen wirklich sehr zurückgehalten mit meinem Wasser. Und diese drei Stunden, die vergehen wie im Flug. Nachdem ich Infinity War auch völlig überladen, überfrachtet fand und teilweise das eben als nicht sonderlich gut abgestimmt empfand, kann ich hier bei Endgame sagen, dass ich wirklich auch angetan war. Ich hatte auch teilweise Tränen in den Augen vor Freude. Genau wie bei euch hat mein Fanherz einfach verlockt und ich fand es mega geil. Und ja klar, Pressescreening, da ist die Stimmung im Saar jetzt nicht die geilste. Aber ich hatte am Ende so ein inneres Bedürfnis aufzustehen und zu applaudieren. Und ey, das hatte ich letztes Mal beim Untergang, weißt du. Also das ist wirklich, das war wirklich, das ist ein Film, der hat mich wirklich richtig gepackt. Ich fand es großartig, ich habe ihn sehr gern gesehen. Ich bin jemand, der überall was zu kritisieren findet. Eine klitzekleinigkeit hätte ich da eventuell, auf die wir später im Spoiler-Teil zu sprechen kommen. Aber im Großen und Ganzen war das ein ganz, ganz toller Film, der vor allem im Gegensatz zu Infinity War allen Charakteren, zumindest allen mir wichtigen Charakteren, auch würdig ist, der ihnen entsprechend auch einfach auch einen Impact gibt, den sie verdient haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, so kann ich den Film letztlich jedem da draußen irgendwie empfehlen, der so ein bisschen Bock drauf hat. Und werde da auf jeden Fall am Ende dann auch Höchstwertungen vergeben. Und ja, ich glaube, das kann man an der Stelle schon sagen. Der Film beginnt mit einer fantastischen Szene, die uns erstmal wieder daran erinnert, wo wir eigentlich gerade stehen. Und er endet, wie gesagt, mit dem Wunsch meinerseits applaudieren zu wollen, weil ich es so gut finde. Und also wirklich Chapeau. Und ich denke, das war so das, was man zum Spoiler-freien Bereich sagen kann. Oder gibt es hier noch einen Punkt, den wir unbedingt noch mit aufnehmen sollten? Bevor ich es vergesse, möchte ich anmerken, dass alle Fans von Community viel Spaß haben werden. Denn es gibt einige Gastauftritte, weil die Russo-Brüder ja früher bei Community Regie geführt haben. Und einer der Russos hat sogar eine kleine Nebenrolle. Also eine ganz, ganz kleine Nebenrolle. Ein Gastauftritt. Ja, eine Cameo, genau. Okay, prima. Alles klar. Ach doch, das kann man noch fragen. Lasse, du als Soundtrack-Experte. Ich vermute mal, Silvestri ist ja auch einer deiner Lieblinge, soweit ich weiß. Wie hat dir der Soundtrack hier gefallen? Ich fand ihn teilweise besser als in Infinity War. Nämlich hier zitiert er tatsächlich andere Themen aus dem Kosmos. Da habe ich mich total gefreut. Wenn bestimmte Charaktere auftauchen, dann kommen diese Themen ab und zu mal kurz vor. Und das war wirklich richtig klasse. Ich weiß, da das Soundtrack-Album noch nicht raus ist, habe ich keine Ahnung, ob das auch in den Alben landen wird. Die einzige Ausnahme war ja bei Infinity War, da spielen sie einfach ein Sample aus Black Panther, aus dem Black Panther-Soundtrack. Aber hier kam es mir vor wie neue Arrangements. Und das hat mich sehr begeistert. Also der Soundtrack ist toll. Auch ein paar Songs, die sie benutzen, sind gut eingesetzt. Okay, prima. Dann, denke ich, können wir hier jetzt zu unserem Spoiler-Teil kommen. Und wie gesagt, wir werden jetzt die ganz krassen Sachen auch hier nicht vorwegnehmen. Die sollt ihr mal schön alle selbst im Kino erleben. Also nicht einfach nur sehen, ihr sollt diese Momente erleben. Deswegen ist exakt hier diese Kapitelmarke. Oder eben der Timecode, den ihr auch in den Shownotes findet. Und jetzt können wir eigentlich mal ganz wild drauf los. Christian, was brennt dir denn am ehesten unter den Nägeln? Was sollten wir unbedingt bei unserer Besprechung erwähnen? Wir sind jetzt im Spoiler-Part, oder? Ganz genau. Ich kann jetzt sagen, was ich will. Absolut alles. Okay, dann haltet euch fest. Captain America. Ich hab gefeiert. Ich, also der, ich bin, im Kino zu applaudieren, halte ich für das Dümmste, was man machen kann. Aber ich war auch kurz davor, aufzuspringen und zu sagen, fuck yes, es gibt so geile Captain-America-Momente. Oh ja. Wenn er Thors Hammer endlich schwingt. Ich war wirklich, man sieht ja irgendwie nur den Hammer fliegen oder wirbeln. Ich war wirklich so, ich saß da im Kino und dachte, bitte, 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 bitte. Bitte, mach es, bitte, mach es. Und dann kam halt der Shot auf Captain America und es war großartig. Als er am Ende das ganze Team versammelt und ausholt und sagt, Avengers, sag es, sag es, sag es. Ja. Assemble. Das war wirklich so, ich will in diese Leinwand rein. Es war geil. Es war großartig. Alles, was Captain America in diesem Film ausgemacht hat, hat mich, hat mein Herz höher schlagen lassen. Ich liebe diese Figur. Ich liebe Chris Evans. Fantastisch und auch wunderbar zum Ende hin, wie es ausklingt. Ganz toller Bogen. Also man merkt, dass die Russos auch mit ihm, also mit Captain America angefangen haben. Und da bin ich schon mal sehr, 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 sehr zufrieden mit. Es war doch der Winter Soldier, der war der erste Film von denen. Genau. Und da war auch eine ganz geile Referenz. Der Film hat ja aufgrund seiner Thematik, die wir jetzt, glaube ich, schon angeschnitten haben, wir wollen nicht zu viel sagen, aber es gibt jede Menge Referenzen zu älteren Filmen. Und unter anderem gibt es eine Referenz zu der sehr, sehr bekannten Fahrstuhl-Szene aus Winter Soldier. Oh mein Gott. Und ich muss sagen, das war meine persönliche Lieblingsszene von Captain America. Das war großartig. Ja. Die Tür geht zu und du erwartest das, was du erwarten willst, weil du es kennst und das vielleicht auch mit die geilste Szene in Winter Soldier ist. Und dann passiert was, womit du nicht unbedingt rechnest. Das fand ich einfach nur Knorke. Super, super Comic-Referenz auch. Die meisten Comic-Fans wissen ja, Captain America sagt so, sagt an einer bestimmten Stelle etwas. Und hier, wie sie das hier referenzieren, ist genial. Das dachte ich auch. Das dachte ich auch. Sehr klug gemacht, ja. Ja, aus aktuellen Comics kennt man das, ja. Also ich bin ja auch Captain America-Fan. Ich würde sogar sagen, das ist meine liebste Figur aus dem MCU, auch weil Chris Evans ein ganz toller Schauspieler ist. Aber, Leute, Thor, Thor in Endgame wird dafür sorgen, dass wir 20 Jahre Meme-Material haben. Was sie mit dem machen, es ist, ganz ehrlich, ich, ich habe das abgefeiert, weil ich liebe den Miklipowski. Exakt, genau das, ja. Ja, Oh mein Gott! Ja, ganz ehrlich, das, das war der Wahnsinn. Ähm, und das, ich fand das aber trotzdem so schön, ich habe ja schon gesagt, ähm, meinem ersten Fazit, lachen und weinen. Und das ist, das trifft auch auf Thor so schön zu, weil er hat ganz viele Momente, wo es halt einfach nur darum geht, Spaß zu machen, aber dann schaffen sie es trotzdem, dass er dann halt, äh, in, äh, in die Vergangenheit geht und dort halt Leute trifft, die halt ein sehr schlimmes Schicksal erleiden werden und dann kippt der Film so, aber es wirkt trotzdem organisch. Das haben die echt super gemacht. Ja, auf jeden Fall, also das, alles mit Thor, äh, war genial und, und, äh, wirklich, wie sie diese Charaktere nutzen, weil, was ich vermisst habe, in Infinity War war, es gab nicht genug Zusammenspiel zwischen diesen neuen Figuren, wenn sie einander begegnen. Dafür gab's irgendwie nicht genug Zeit wegen Plot, 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 Plot. Und hier lassen sie sich zwischendurch ein bisschen Zeit und lassen diese Figuren miteinander interagieren und logisch halt, oh, so würde eine Konversation zwischen Ant-Man und, äh, Rocket aussehen und so weiter und, äh, das fühlt sich alles wunderbar organisch an und eben, dass sie sich hier die Zeit für nehmen, äh, das zeigt umso mehr, wie gern wir diese Charaktere haben und wie sehr sie sich entwickelt haben, sodass wir nicht mehr brauchen als ein paar Zeilen, um genau zu wissen, äh, worauf es bei einer Konversation zwischen ihnen ankommt. Aber eben, dass sie sich die Zeit nehmen, das fand ich toll. Gerade bei Thor, finde ich, sieht man aber auch einen ganz krassen Bruch zwischen Thor 3, dann Infinity War, der komplett anders wieder war und dann eben jetzt hier ein Endgame. Also einfach, was den Humor betrifft, ja. Währenddessen, Infinity War, wüsste ich jetzt nicht, was der an mega lustigen Szenen hatte, ganz im Gegenteil, er war wieder krass episch und mega stark und so, aber dieser Humor, der in Thor 3 ja so etabliert worden ist, war, was, 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 Y.T.T. da gemacht hat und letztlich dann vielleicht auch den Erfolg des Films ausgemacht hat, ist was, was man jetzt hier auch in gewissen Ansätzen natürlich wieder in diesem Film in Endgame auch auffinden. Das gefällt mir sehr gut und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie die Zukunft Thors aussehen wird, denn als Comic-Fan kennt man da auch gewisse, ja, Storys, die da passieren. Er sagt am Ende etwas, zu was er sich jetzt quasi zugehörig fühlt und Comic-Fans wissen auch da Bescheid, dass da eventuell noch was auf uns zukommt. Das wäre toll. Was mich natürlich auch immer ein bisschen wundert, das war ja auch vor dem Film schon irgendwie so Thema, denn zur Debatte stand natürlich, okay, wie sieht es aus mit den Verträgen der einzelnen Schauspieler, was läuft weiter, was läuft nicht weiter und gerade bei zwei Figuren war es so, also bei Chris Evans und bei Chris Hemsworth, beide fühlen sich ja aktuell wohl auch in Comedy total wohl, ja, also, keine Ahnung, wir haben Chris Hemsworth gesehen bei Ghostbusters, keine Ahnung, den habe ich nicht mal gesehen, aber bei Man in Black wird er auch wieder eine total, also verhältnismäßig lustige Rolle spielen, Chris Evans kenne ich jetzt eher aus so Romantik-Komödien oder auch diesem Endzeit-Zug-Film, ich weiß gerade gar nicht, wie der hieß, Snowpiercer, ja, aber der hat angeblich auch Bock auf Comedy und, ja, also ich bin mal gespannt, was sie aus Thor insbesondere eben auch noch machen werden. Ja, das hast du bei solchen, nach so großen Event-Filmen hast du dann aber auch oft bestimmte Schauspieler und Hauptdarsteller, die dann was Leichteres machen wollen, ich bin mir sicher, die Rousseaus werden was Leichteres machen wollen hier danach oder die werden sich selbst betrügen, wie Peter Jackson, der nachher der Regel gesagt hat, ach, das nächste Mal ein kleines Projekt und dann macht der King Kong. Jo, wen haben wir denn da noch? Also, wenn wir gerade eh dabei sind, die Leute alle durchzugehen, wie findet ihr denn die Entwicklung von Tony Stark? Auch da wollen wir, wie gesagt, nicht zu sehr ins Detail gehen, um den Spaß den Zuschauern nicht zu verderben, aber das ist natürlich einfach mal sowas wie die, also ich sag mal, sowas wie der Papst des MCU oder so, ja, also er ist ja, natürlich hat man in einem gewissen Rahmen auch versucht, das mit Nick Fury irgendwie zu etablieren, okay, geschenkt, aber letztlich ist Iron Man der erste Film der Reihe gewesen und er spielt natürlich auch hier eine wesentliche Rolle. Man kann sagen, der gute Mann macht ja wirklich eine Art Kartasis durch, ja, er ist mal total over the top und quasi in Iron Man 2 gibt er nur Vollgas und ist total der Krasseste von den Krassesten und lebt diesen Promi-Rausch. Dann haben wir im dritten Teil die totale Niederlage, auch mit dem Ende des dritten Teils ist ja letztlich irgendwie dann im MCU auch gar nicht so konsistent, wie man das damals vielleicht gedacht hatte. Er zerstört da am Ende ja alle Iron Man Suits und letztlich sehen wir, na gut, er hat vielleicht doch noch den einen oder anderen Auftritt und die Entwicklung der Figur geht immer weiter über Civil War, da hat er natürlich eine große Rolle und auch hier ist er einfach nochmal wirklich eine gereifte Person, gereifter Charakter, der aber auch über sich selbst reflektiert und das Ganze, obwohl er vielleicht eben nicht nur positive, also gute Entscheidungen getroffen hat. Ist dir das aufgefallen, Christian? Ja, ich fand, du hast gerade eben vom Papst des MCU gesprochen, also diese zentrale Rolle, die er einnimmt, die wird natürlich auch zelebriert, also die hat dafür gesorgt, dass er in Infinity War anders als zum Beispiel Captain America da eine viel größere Rolle hatte, ich meine Cap hatte dann eine Nebenrolle vielleicht, wenn überhaupt, Iron Man durfte dann mehr tun und hier kriegt er auch, er kriegt die richtigen Momente, ich weiß nicht, ob es die besten Momente sind, das ist vielleicht dann auch so Geschmacksfrage, aber ich glaube, Iron Man-Fans kommen da voll auf ihre Kosten und es hat mir gut gefallen, dass auch da, ich habe so das Gefühl, dass das nach Infinity War mit Infinity War, die Filme sind ja zusammen gedacht worden, sind ja sehr nah beieinander entstanden und haben die gleichen Drehbuchautoren, es ist ja irgendwie nach Infinity War klar, wohin die Reise geht, irgendwie auch klar, was passieren muss, der Plot von Endgame ist nicht das Highlight, sondern die Umsetzung und es ist wie so ein Puzzle, das ganze MCU ist so ein Puzzle und das findet hier sein Ende und es gibt gewisse Momente, die passieren müssen und ich finde, dass die Aufteilung dieser Momente auf die verschiedenen Figuren und eben auch das, was Iron Man, was Tony Stark zu tun bekommt, sehr, sehr schön ist, dem MCU, dieser ganzen elfjährigen Geschichte gerecht wird und eben auch dem Status von Iron Man als Auslöser, als Startpunkt dieser ganzen Erzählung und eben auch Robert Downey Jr. als absoluten Megastar innerhalb dieser Reihe, das ist schon, das ist alles sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr gut gesetzt. Ja, definitiv. Genau, dann werden wir jetzt natürlich nicht alle einzelnen Figuren durchgehen, aber gerade zu Figuren, die vielleicht eine größere Rolle spielen oder die vor allem viel Screentime haben, sollten wir auf jeden Fall erwähnen, dann können wir sicherlich auch mal was sagen zu Black Widow, denn Black Widow ist eine Figur, da ist zum einen irgendwie angedacht, soweit ich weiß, dass sie wohl noch einen Solo-Film kriegt, da gibt es so Theorien, ob man sich nicht mit ihrer Origin ein bisschen beschäftigt und es gibt wohl auch schon erste Stars, die gecastet worden sind, erste Schauspieler für eventuell jüngere Versionen von ihr oder quasi Kollegen, das ist wohl, soweit ich weiß, noch gar nicht so genau raus und so viel kann man sagen, ich glaube, das ist somit die stärkste Performance von Scarlett Johansson, die ich in der Rolle als Black Widow von ihr gesehen habe, einfach weil sie sehr facettenreich aufspielen kann, ja okay, sie kann krass kämpfen, ja okay, sie kann eben ordentlich austeilen und da fällt mir auch gerade auf, dass eine Szene aus dem Trailer gar nicht im Film gelandet ist, aber das ist die deutlich beste Performance von ihr in der Figur, die ich gesehen habe. Lasse, siehst du das auch so? Oder ich frag das immer, siehst du das auch so, aber ich weiß, was ich sagen will. Nee, total, absolut halt, ich war ehrlich und so von fast allem Beteiligten, ich denke, Mann, wir haben hier quasi Oscar-würdige Performances in diesem Film, in diesem Comic-Blockbuster, ich fand sie großartig hier, auf jeden Fall und bei Robert Downey Jr. würde ich sagen, die zwei Worte, die mir da einfallen sind, angemessen und würdevoll, ich fand ihn auch absolut großartig hier wieder und ja, aber bei Scarlett Johansson, sie hat mich wirklich, ich meine, ich mag sie sowieso, aber sie hat mich hier nochmal sehr in dieser Rolle überrascht. Also ich finde, Black Widow, Captain America und Iron Man hatten in den letzten Filmen immer so das Problem, dass sie halt, die Figuren waren auf Autopilot und jetzt bei Endgame wird halt dieser Autopilot, fand ich, so abgestellt und man konnte mal sehen, was sie eigentlich können, diese Darsteller. Also auch bei Scarlett Johansson, die ja sonst immer so gefilmt wurde, wie halt Lady Kick-Ass in den engen Jeans. Und das ist hier nicht der Fall, das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen und sie hat wirklich ein paar richtig starke Momente, auch zusammen mit Hawkeye, der ja hier wieder mit dabei ist. Ich muss aber sagen, mit die beste, also für mich, der Film hat einfach eine wunderschöne Endszene. Ich will nicht sagen, wer in dieser Endszene vorkommt, aber das war neben einem Gespräch über Cheeseburger die Szene, wo ich wirklich, ich weiß nicht, da ist mir auch was ins Auge geflogen oder so, da wurden die Augen halt feucht. Ja, so genau, also Hawkeye hast du schon erwähnt, beziehungsweise Ronin, ich weiß nicht, aber im Film wird da glaube ich nicht Ronin genannt. Ich glaube nicht, nein. Das war nur Comic-Leser. Genau. Oh mein Gott, können wir, apropos Ronin, können wir über diese geniale Long-Take-Szene reden, die, wie er eingeführt wird, boah, das, das war genial, dann irgendwann ist ja der Sprung zu ihm und dann ist da diese Szene in Tokio, genau, das ist dieser geile One-Take und ein Gastauftritt, Harajuki Sanada ist hier in der Mini-Rolle, halt, ich war so geflasht davon, wie cool er ist in diesem Film und das war einfach eine hammer coole Szene, um ihn einzufilmen, mir stand da der ganze Zeit der Mund offen, wo ich dachte, boah, das ist echt auch die Art und Weise, wie die Szene ausgeht, ich dachte, meine Güte, trauen die sich hier was. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Jeremy Renner dann einmal bei Marvel mit der Faust auf den Tisch kam und hat so, Leute, ganz ehrlich, ich weiß, ich bin ein Hawkeye, aber bitte gib mir mal was cooles. Und ich muss auch gestehen, das können wir auch verraten, die allererste Szene ist ja mit Hawkeye und die hat einen sehr guten Effekt. Boah, ich hab nicht damit gerechnet. Und das war halt, der Film beginnt leise und er endet leise, was man jetzt bei Endgame so nicht erwartet hatte, finde ich. Ich finde, ich finde nicht nur das, sondern er bleibt halt auch so lange so leise, das ist mir jetzt so im Rückblick auch nochmal aufgefallen. Also wenn wir jetzt tatsächlich sagen Avengers 3, Avengers 4 oder Avengers Infinity War Part 1 und Part 2, wie es ja ursprünglich mal war. Ich finde es erstaunlich, dass sie halt eben diesen, also sehr viel von dem unausweichlichen Bombast für dieses Finale in Infinity War gesteckt haben. Der Film, habt ihr ja auch schon gesagt, kann man durchaus auch kritisieren, wie vollgestopft er ist, wie viel, wie überladen, wie groß der wird. Und ich finde Endgame ist halt von diesen drei Stunden Laufzeit, da habe ich den Eindruck, sind es gefühlt mindestens zwei Stunden sehr fokussierte Charaktermomente, wo es eher darum geht, dass unsere geliebten Figuren miteinander sich austauschen, irgendwie eine Träne aus den Augen wegdrücken oder in Melancholie versinken oder auf Sachen anspielen, bei denen wir wissen, ah ja, das habe ich vor zehn Jahren das erste Mal im Kino gesehen. Also alles sehr, sehr schöne Momente und allein das Opening mit Hawkeye auf der Farm, also fände ich auch perfekt gesetzt, um die Stimmung dieses Filmes vorwegzunehmen. Das ist nicht einfach nur mal eben so ein kurzer, ruhiger Moment und danach geht es vollgas, sondern der Film bleibt so lange auf diesem emotionalen Level auch und das hat mir eigentlich auch mit am besten gefallen, dass der Film so fokussiert und eben auch so fokussiert auf die erste Generation der Avengers ist. Also das Kernteam aus dem ersten Avengers-Film kommt hier wieder zusammen und müht sich ab, zusammenzukommen und all diese Momente fand ich halt sehr, sehr toll und sehr, sehr gut und deswegen, ich habe auch gar nicht so viel Action und Bombast vermisst. Es gab sie natürlich, aber ich hatte das Gefühl, also wer mehr Bock auf Action hat und Dinge explodieren sehen will, greift zu Infinity War und mit Infinity War haben sie das alles mal so ein bisschen schon erledigt, ja, so das große Finale Methanus erledigt und jetzt Endgame ist eigentlich der Prolog dazu, der Epilog dazu und lässt sich viel, viel Zeit, das alles durchzukauen und uns näher zu bringen und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ganz genau. Ja, stellvertretend dafür ist ja auch die gerade eben schon erwähnte Referenz diese Fahrstuhl-Szene, ne? Ja, ja. Da hätten sie ja auch einfach nochmal sagen können, okay, wir machen die Szene nochmal, aber jetzt noch viel geiler, aber nein, sie lösen es anders. Ah, so cool halt, ich war wirklich überrascht davon, in was für eine Richtung das alles geht, weil ich wusste nicht wirklich was, ich wusste, okay, irgendwie benutze die Quantenebene, aber ich hatte keine Ahnung, dass das in eine Zeitreise-Richtung geht und normalerweise bin ich bei Zeitreisen immer skeptisch, weil ich denke, oh nein, dann müssen wir mit Paradoxen, dann muss man das überdenken, aber ich finde, innerhalb des Films erklären sie es nach und nach ziemlich gut, die Logik und so weiter. Die lassen sich da genug Zeit und halt, dass sie andere Filme ansprechen. Hot Top Part of Time Machine. Genau, als Vergleich. Das habe ich gefeiert, dass sie ausgerechnet den Film auspacken und nicht bloß die alten Bekannten. Aber das, ja, ich konnte dem Gedanken doch tatsächlich gut folgen und teilweise nur gingen diese Szenen etwas lang, wo ich zwischendurch einen Überblick von, ach ja stimmt, die sind ja auch noch irgendwie da unterwegs. Also das haben sie nicht in irgendeiner Form so zusammengeschnitten, dass man, ah ja, das und das, sondern halt einige Szenen dauerten ein bisschen länger und dann irgendwann kamen sie zu Personen zurück, die ich vergessen hatte. Aber das war auch nicht so schlimm. Zwei Figuren gibt es noch, die müssen wir auf jeden Fall erwähnen, weil die natürlich eine entsprechend noch große Rolle haben, wobei ich zuerst gar nicht so sehr viel sagen möchte, nämlich zu Bruce Banner und beziehungsweise Hulk und da wissen wir ja, das haben wir in Infinity War gesehen, dass die so eine Art Struggle haben und dass das vielleicht gerade gar nicht so easy ist, für Bruce Banner zum Hulk zu werden. Was da für eine Lösung gefunden worden ist, hat mir per se übrigens ganz gut gefallen. Ich weiß nicht so genau, wie das vielleicht auch langfristig noch funktionieren kann, da bin ich mal sehr gespannt. Ich finde auch, dass die Figur auf jeden Fall ganz tolle Szenen hat, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man jetzt irgendwie halt eben diese Zeitreisegeschichte machen muss und zum Beispiel eben auch an diesen, an diese einzelnen Steine ja auch kommen möchte. Ich finde, das war irgendwie, das war irgendwie, war okay. Also klar, es hätte auch jede andere Figur da hinreißen können und die Aufgabe kriegen, aber irgendwie fand ich in dem Fall Mark Ruffalos Arbeit als Darsteller hat mir da einfach gut zugesagt. Das glaube ich, kann man sofern spoilerfrei sagen. Gibt es noch was, was wir zu Hulk beziehungsweise Bruce Banner erwähnen sollten? Armer Edward Norton an dieser Stelle. Ja. Ich will ein Selfie mit Hulk haben. Das wäre gut. Und ich will, dass er mit mir zu frühstücken geht und er bezahlt. Da muss ich zwei Sachen erwähnen, die mir nicht gefallen haben. Einmal, es gibt zwei Comedy-Szenen, die zu lang gingen, meiner Meinung nach. Das ist einmal die im Restaurant, der Wortwechsel mit dem Handy und dann die Comedy-Szene kurz vor Schluss mit den Guardians. Das ging auch einen Ticken zu lang. Die Guardians-Szene war ein bisschen witziger, aber ich finde, gut, Cut, Cut, Cut. Wenn wir da gerade bei der Kritik sind, dann hast du die beiden Szenen erwähnt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Die dritte Szene, die ich an der Stelle erwähnen möchte, das ist eine Szene mit Hawkeye und Black Widow und sie sind auf einem fremden Planeten und haben ein Gespräch miteinander, wie es jetzt weitergehen soll. Das fand ich auch etwas zu lang. Das wäre die dritte Szene, wo ich sagen würde, okay, das ist, wenn man was zum Kritisieren sucht, etwas, wo man vielleicht hätte noch hier und da was nehmen können. Allerdings gibt es dem Ganzen natürlich auch ein bisschen Tiefe, was der Charakterbeziehung der beiden Figuren, was das betrifft. Ist schon lustig, weil ich fand die vergleichbare Szene in Infinity War auch schon zu lang. Super. Und dann natürlich zu guter Letzt der große Bösewicht, Thanos. Thanos, eine Figur, wo viele gesagt haben, Infinity War ist quasi die Origin-Geschichte von Thanos, war sie ja letztlich auch und ist spätestens seit Loki mal wieder ein richtig ernstzunehmender Gegner gewesen für die Avengers und vor allem auch ein guter Bösewicht. Christian, wie sieht es bei dir aus? Was war dein Eindruck von Thanos? Was ist aus der Figur geworden aus deiner Sicht? Nichts Schlimmes, obwohl er vielleicht ein bisschen mehr wieder zum Plot-Device wurde, aber das kann ich ganz wunderbar so mitnehmen, weil Infinity War hat ihm die Bühne gegeben, hat ihm den Scheinwerfer komplett gegönnt und im Endeffekt ist seine Erzählung auch erzählt und dadurch kann er hier jetzt wieder ein bisschen in diesen eher Plot-Mechanismus umgewandelt werden, was völlig okay ist, weil hier geht es jetzt eben darum, die erste Generation der Avengers auf diese Bühne zu stellen und wieder in den Spotlight zu stellen, deswegen völlig in Ordnung und trotzdem immer noch spannend und hat für mich auch funktioniert, ja. Sehr gut. Sonst noch irgendwelche Infos, die wir zu Thanos droppen sollten? Yo? Ich glaube, die waren sich dessen bewusst, dass halt Thanos kennen wir aus dem anderen Film und hier tun sie auch einige überraschende Sachen mit dem Charakter und zeigen zwischendurch auch nochmal, wie schlau er ist, wie sehr er plant und auf was er hier und da vorbereitet ist und so weiter. Ich fand nur, dass dazu ich fand nur, dass das Finale war ein bisschen abrupt teilweise, wo ich mir dachte, wirklich, jetzt läuft es darauf hinaus, davon war ich dann doch etwas enttäuscht. Okidoki, dann läute ich jetzt hier mal die letzten Minuten unserer Besprechung ein und das müssen wir jetzt irgendwie so handeln, dass jeder die Gelegenheit hat, nochmal so eine Art Fazit rauszugeben, auch mit seiner Punktwertung, aber eben natürlich auch Punkte nennen kann, die ihm noch auf dem Herzen liegen und da würde ich einfach mal mich mal vordrängeln und einfach mal so ein paar Sachen raushauen. Der Film hat mir, wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, sehr gut gefallen. Ich komme wahrscheinlich auf viereinhalb, also ich kann keine fünf Punkte geben, das geht einfach nicht. Dafür ist er nicht perfekt genug, dafür weiß ich nicht, dafür waren dann doch die besagten drei Szenen vielleicht etwas zu lang. Dafür war zum Beispiel auch der obligatorische Stan Lee-Kameo, der drin war, der auch relativ lustig war, aber auf jeden Fall nicht der beste und ich sag mal so, was wir da beim letzten Animated Spider-Man gesehen haben, fand ich deutlich besser und insofern ist das jetzt einfach, einfach ja okay, abgehakt im Moment gewesen. Der Film kriegt von mir eben jetzt sagen wir diese viereinhalb Punkte. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach einem MCU-Film gesagt habe, weil letztlich war, also ich habe so viele enttäuschende Momente und so ein bisschen auch Downer gehabt nach vielen Filmen in letzter Zeit, kann also auch bestätigen, was ich glaubst du was gesagt hatte mit dieser Müdigkeit, diese MCU-Müdigkeit, die ist jetzt, also ich will nicht sagen, dass sie weg ist, weil auch jetzt gibt es ja mit den angekündigten Serien, die da noch im Raum stehen und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie man die umsetzen will, wie das im Detail funktionieren wird, gerade weil Figuren, die dort im Titel stehen, vielleicht in Avengers Endgame eine ganz wichtige Rolle eingenommen haben irgendwie. Also bin ich gespannt, was man daraus basteln wird, aber ich bin positiv gespannt und letztlich ist spätestens das jetzt hier auch irgendwas, was dafür gesorgt hat, dass ich doch irgendwie so ein bisschen Bock auf den Disney-Streaming-Dienst habe, auf dem wir diese ganzen Serien und Filme auch gucken können werden, wahrscheinlich. Also das dazu, ich bin auch positiv davon angetan, wie man es geschafft hat, andere Figuren hier in den Film reinzubringen, also keine Ahnung, wir wissen ja zum Beispiel, dass Ant-Man hier eine Rolle spielt, das sieht man schon im Trailer. Wir haben die Vermutung, das sieht man auch schon im Trailer, dass Captain Marvel hier irgendwie eine Rolle spielen wird und ohne zu sagen, was da gemacht worden ist, aber wie sie integriert worden sind und vor allem auch in welchem Ausmaß sie integriert worden sind, finde ich gut. Ja, man hat den Fokus hier eben aufs Kernteam gerückt und das hat dem Film sehr gut getan. Ich habe, wie gesagt, auch so ein, ich fühlte mich sehr ergriffen zeitweise im Film und das hat den Film lange nicht geschafft. Insofern, das so quasi mein finales Fazit dazu. Jo, Christian, wie sieht es bei dir aus? Was für Sachen wolltest du unbedingt in deinem Fazit noch erwähnen? Ja, ich bin absolut begeistert und wie schon erwähnt, das ist für mich, ich kann es eigentlich gar nicht nachvollziehen, wie gut dieser Film funktioniert und sehe da sehr, sehr große Leistung, weil es ist, also ich fand Infinity War auf dem Papier schon unmöglich und, also unmöglich umzusetzen und in meinen Augen hat der es irgendwie auch geschafft, aber das hier ist nochmal ein Level drauf, ein Level drüber, nochmal viel, viel exakter, viel, viel genauer gelandet, nochmal viel fokussierter auf die Figuren und auch viel, ja, würdevoll war vorhin so ein Wort, was irgendwie genannt wurde, ja, das trifft das alles für mich. Es ist ein würdevoller Abschluss, es ist ein würdevoller, ja, es ist eine würdevolle Klammer um die ersten 22 Filme, um den ersten Teil des MCU, wir wissen alle, es geht weiter, das war von vornherein auch schon immer erkennbar, aber dennoch ist dieser Film als ein Endpunkt auch zu sehen und funktioniert auf der Ebene für mich halt eben auch wunderbar und das hätte ich halt nicht erwartet. Meine Hoffnung war ja, dass ich nach dem Film, also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nach dem Film nochmal so einen Durchlauf durch das gesamte MCU zu machen. Ich habe es nicht vorher gemacht, ich habe es nicht vor Infinity War gemacht, ich habe es jetzt auch nicht vor Endgame gemacht, wie viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis das gemacht haben. Ich habe mir gedacht, nee, ich mache das danach und meine Befürchtung war, dass der Film, das Endgame vielleicht so ein Geschmäckle irgendwie hat, so einen Nachgeschmack hinterlässt, dass ich vielleicht eher so, dass mir Dinge nicht gefallen und dass ich dieses Projekt, das MCU nochmal komplett durchzulaufen, dann eher weiter weg vor mir schiebe und sage, ja, da brauche ich jetzt erstmal noch ein Jahr Zeit, um das irgendwie zu verkraften, was Endgame mir da jetzt als Ende präsentiert, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe im Kinosaal schon gesagt, dass ich am liebsten sofort den Endgame nochmal gucken würde und am allerliebsten würde ich jetzt einfach jede Woche ins Kino laufen das nächste halbe Jahr und immer einen Film aus dem MCU angefangen bei Iron Man nachschauen. Also für mich volle Punktzahl, fünf von fünf Punkte. Es ist gelungen. Ja, es gibt vielleicht kleinere Momente oder wenn man mal genauer darüber nachdenkt, gerade was Zeitreisen angeht, aber all das ist für mich nicht wichtig. Für mich war und ist, sind diese drei Stunden im Kino das Entscheidende und ich war, ich hätte gar nicht gedacht, dass der Film so gut für mich arbeiten und funktionieren kann. Ich bin absolut begeistert. Perfekt. Amen. Stu, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit? Ja, ich verhole mich. Lachen, Wein, Zufriedenheit und das in einer wirklich richtig tollen Balance. Das liegt auch daran, weil der Film natürlich Spektakel bietet und das ist nicht so knapp, aber letztlich dann doch, er sich tatsächlich mehr für seine Figuren interessiert und das fand ich richtig toll und alles andere wurde jetzt schon erwähnt. Ich gebe auch viereinhalb Punkte von fünf. Da waren Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben, aber nichts, wo ich jetzt sage, das war jetzt wirklich richtig schlecht. Ich bin jetzt erschöpft, ich bin gesättigt und sage noch, für mich der beste Marvel-Film oder MCU-Film neben dem ersten Avengers und den beiden Guardians of the Galaxy-Filmen und ich werde ihn mir, glaube ich, nicht nochmal angucken im Kino, weil ich jetzt die Schnauze voll habe, aber ich hatte wirklich drei wunderbare Stunden im Kino. Hätte ich nach Infinity War so nicht gedacht. So sieht es aus. Und lasse dir gehören die letzten Worte. Was ist dein Fazit? Vielen, vielen Dank. Ich bin total geflasht. Also ich war, ich kann so vielen Punkten von euch auch zustimmen und wie gesagt, ich gehe morgen direkt nochmal rein. Diesmal dann auf Deutsch. Das ist ja irre. Das ist natürlich auch ein interessanter Vergleich. Ja, ich weiß. Ich kann es nicht erwarten, das nochmal mit Leuten, also wirklich mit Fans zu sehen. Okay, ich weiß, Kritiker sind auch nicht. Echte Menschen. Genau, aber halt irgendwann mit einer Masse, mit einer einfach mit einer Kinogängermasse. Das wird garantiert genial, das zu sehen und die Reaktion meines kleinen Bruders zu sehen. Darauf bin ich wahnsinnig gespannt. Ich würde vier, auch, auch viereinhalb von fünf geben. Definitiv. Das ist einer meiner neuen Lieblings-Marvel-Filme. Das ist eine großartige Sause, ein wundervoll emotionaler Abschluss einer Ära, so würde ich es bezeichnen. Eine bestimmte Ära geht hier zu Ende und wir können uns auf viele verschiedene zukünftige Projekte freuen, welche andere Sachen vorbereiten und aufbauen werden, bis es dann zu einer nächsten großen Sause kommt. Aber ich war wirklich, ich habe gegrinst, ich habe gelacht und geheult und ich kam aus diesem Film in einer, in einem Stadium, was nur sehr selten bei mir passiert und ich nenne es das Good Movie High, wo man dumm grinst und so ein bisschen benebelt ist und denkt, boah, das war richtig, richtig gut. Und ja, ich war, ich war einfach total begeistert und ich sage allen, die vielleicht jetzt noch zuhören, geht rein, bitte, bitte geht rein, wenn ihr euch in irgendeiner Form für diese Figuren interessiert, halt Gott, dieses Ding ist ein Monster, das ist gigantisch und das wird, das wird nicht getoppt werden von gar nichts in diesem Jahr. Halleluja, das sage ich glaube ich auch zum zweiten Mal, in eh von was, Amen. Also ihr merkt schon, wir sind sehr begeistert und sehr angetan von dem Film. Das kommt nicht so oft vor, muss man auch mal erwähnen. Wir sind Kritiker. Ja, im Herzen, da wir gerade bei dir sind, Lasse, ich will natürlich jedem von euch nochmal die Gelegenheit geben, sich und seine Projekte nochmal kurz vorzustellen. Auch bei dir ist es so, dass wir natürlich wie immer alle relevanten Links in die Show Notes packen, auch bei allen Social Media Plattformen, wo ich entsprechend alles verlinken werde, was es zu euch gibt, kann man euch natürlich dann direkt finden. Aber vielleicht kannst du ein paar Sachen antiesen, die uns demnächst von dir erwarten. Gibt es denn irgendwie eine, keine Ahnung, einen Score, den du rezensieren wirst oder vielleicht irgendeine Besprechung bei dir in Podcasts? Erzähl mal, was kommt da auf uns zu? Also, ihr könnt euch auf jeden Fall auf meinem Soundtrack-Blog scoregeek.wordpress.com, da wird jetzt in den nächsten Tagen die Score-Kritik zu Wenn du König wärst erscheinen. Eine der nächsten Sachen wird dann hier auch garantiert Endgame sein. Und da freue ich mich schon sehr darauf, das nochmal durchzuhören und darüber zu schreiben. Ansonsten, mein eigener Podcast heißt Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Ich bin auch auf YouTube vertreten, wird deppert und sonst findet ihr mich auch auf Facebook und Twitter at Lasse Vogt. Sehr gut. Jostu, bei dir weiß ich ganz genau, dass du ja eigentlich wahnsinnig viel krasse Podcasts machst und ich habe unter anderem, muss ich gestehen, auch mal was von euch gehört. Also unter anderem habe ich mir zuletzt angehört, das Recap zur ersten Folge Game of Thrones und ganz im Ernst, ich bin ja absolut jetzt nicht so der Fan der Serie, aber euer Recap habe ich mir echt sehr gerne angehört. Das hat Spaß gemacht. Ihr hattet da ja auch erlesene Gäste und ich habe mir angehört, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, eure Besprechung von den Oscars, die du quasi im Halbschlaf direkt nach der Preisverleihung selbst aufgenommen hast. Was haben wir denn demnächst bei Movie Break zu erwarten? Ich bin erst mal ein bisschen baff, dass du jetzt hier mir so Honig ums Maul schmierst. Das ist so eine Wiedergutmachung für diese Läster-Attacke heute. Okay, gut, dann muss ich leider ankündigen, dass ich den geplanten Podcast Lästern über Andi vom Tele-Stammtisch nicht machen werde jetzt. Schade. Buh. Okay, wir werden ihn doch machen. Yeah. Ja, was wir machen. Ja, tatsächlich in fünf Minuten mache ich das Recap zur zweiten Folge Game of Thrones. Und dann machen wir wieder Hate- und Lovecast. Wir werden einen Podcast machen, wo wir Rückschau halten, elf Jahre MCU. Wir werden einen Podcast machen, wo wir Vorschau halten, was erwartet uns im MCU. Und wir werden noch andere Podcasts machen. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, anzukündigen, was wir machen, weil es dann manchmal dazu kommt, dass wir es dann doch nicht machen. Deswegen halte ich mich dann lieber etwas bedeckt. Aber ja, die erwähnten Podcasts werden kommen. Danke für die Werbung. Ich habe dich lieb. Ich leihe euch den Dominik auch gern noch ein paar Mal aus. Überhaupt kein Problem. Wir sind doch Podcast-Buddies. Ja. Wunderbar. Ja, und Christian, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr eigentlich auch ein Game of Thrones Recap gemacht? Wie alle? Wie wir zum Beispiel auch? Äh, ich hab, also, Game of Thrones ist das Ding mit den Drachen, oder? Alles klar. Nee, ja, nicht nur Drachen. Ich dachte, als erstes würden dir Bubis einfallen. Nee, bei Game of Thrones muss ich immer an Drachen denken, weil ich hab acht Folgen der ersten Staffel gesehen. Es gab keinen einzigen Drachen, da war ich sauer, hab ich aufgehört. Ja. Aber ... Aber auch das scheint ja jetzt irgendwie zu Ende zu gehen und, äh, ich kann mir da durchaus vorstellen, wenn die Serie wirklich mal abgeschlossen ist, da dann auch mal einen Rundlauf zu starten, einen zweiten Versuch und vielleicht meine Geduld etwas zu üben in Sachen Drachen. Aber, äh, nee, Game of Thrones ist bei mir so gar nicht, ähm, gar nicht Thema. Dann guck halt Dragonheart. Den mag ich sehr gerne. Dieses Jahr ist echt das Jahr der Abschlüsse. Wir haben hier Avengers, wir haben Game of Thrones, wir haben Star Wars, wir haben Großbritannien. Der Wahnsinn. Alles geht zu Ende. Da haben wir, wollen wir mal gucken. Ja, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen, ja, wirklich auch mal Werbung machen. Was erwartet uns denn gerade aktuell bei euch? Was, äh, kommt da noch auf uns zu? Erzähl mal, was gibt's denn da Feines? Ja, also bei uns wird's natürlich auch noch jede Menge, äh, in Sachen Avengers und Endgame geben. Also ich hab da auch schon einen, einen, einen kleinen, äh, Solo-Podcast aufgenommen, äh, wo ich dann einfach mal so 30 Minuten lang, nach dem Kinobesuch ein bisschen so vor mir her sinniere und da auch schon mal mit Spoilern über den Film etwas nachdenke. Ähm, ungefähr eine Woche nach Kinostart, äh, gibt's dann eine ausführliche, einen ausführlichen Podcast, wo wir dann zu dritt, äh, wahrscheinlich auch wieder so um die zwei Stunden diesen Film, äh, mit Spoilern und allen möglichen, äh, ja auch tieferen Ebenen ein bisschen auseinander, äh, pflücken und picken. Und, äh, das ist eben in der Heimatbasis bei uns oder bei mir in der Second Unit der Fall. Und dann gibt's einmal im Monat, ja, das Spin-Off, das heißt Superhero Unit, wo ich eben mit einem festen Co-Moderator, dem Arne vom Enough Talk Podcast, durch die Superhelden-Filmgeschichte reise und wirklich, ähm, Jahr für Jahr, Film für Film, äh, nachhole. Und wir sind da jetzt so langsam im Jahr 2006 angekommen. Die letzte Besprechung, die wir gemacht haben, oder die jetzt, äh, auch bald rauskommen sollte, ist zum dritten X-Man. Ähm, auch da geht eine Saga zu Ende, äh, oder weiter, oder Fragezeichen. Auf jeden Fall haben wir den dritten X-Man besprochen, der, ähm, zeigt, wie man viel problematischer und schwieriger etwas zu Ende bringt und es doch nicht zu Ende bringt. Aber, äh, den haben wir besprochen. Und, ähm, genau. Also, das ist halt, äh, einmal im Monat ein Film. Ähm, und wir sollten eigentlich auch noch im Laufe des Jahres 2019 im Jahr 2008 ankommen und damit das MCU auch in diesem Podcast-Format aufmachen. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, dann Ende des Jahres über den ersten Iron Man endlich mal ausführlich zu podcasten. Genau. Also jede Menge, äh, Superhelden-Kram auf jeden Fall. Und, äh, in der Second Unit auch danach, noch direkt nach den Avengers, äh, hattet ihr, glaube ich, auch neulich hier im Programm der Film, äh, über Van Gogh mit Willem Dafoe, ähm, das wird dann so in der, ja, äh, zweiten Mai-Woche bei uns dann auch im Programm sein. Also, nicht nur die großen Mega-Blockbuster werden abgefeiert, auch so die kleineren, vielleicht etwas sperrigeren, äh, Arthouse-Sachen. Also, genau. Second Unit, äh, Heimatbasis, Superhubel-Unit, einmal im Monat über Superhelden. Ja, saugeil. Meine Herren, es war mir wie immer eine große Freude, mit euch heute hier über Avengers Endgame sprechen zu dürfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den, die Besprechung dieses Films noch heute Nacht ganz frisch zum Embargo um 0.01 Uhr veröffentlichen werden und, ähm, ich freue mich auch schon auf die nächsten Besprechungen, die wir in einer Säuerrunde wie dieser oder einer ähnlichen oder vielleicht auch alleine auf jeden Fall hoffentlich bald zeitnah zusammen machen werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.